Hallo liebe Leute und willkommen zu meinem ersten Let's Battle und mein Gegner ist hier Nordwind, Nordwind, wenn du willst, kannst du dich mal kurz vorstellen? Servus. Ja, super, vorstellen. Warum lag das schon wieder? Ja, ich bin nicht so der große Vorsteller. Egal, wir machen jetzt auf jeden Fall ein Let's Battle in Tetris Attack. So, zwei Spieler spielen natürlich und Versus. Und Standard-Einstellung und, jo, wunderbar. L und R gedrückt und nehme ich jetzt mal Kamek. Ne, ich nehme Bowser. Bowser, ich bin mächtiger. Bowser, ich mach dich jetzt mit Bowser fähig. Spüre, die macht es Bowser. So, und auf geht's. Ähm, warum zur Hölle lag das? Lag was? Das ist krank. Und, wir haben hier so einen bekloppten Tonfehler. Ah, so, gut. Ja, ich wundere mich auch gerade. Das ist nicht normal, also, glaube ich zumindest. Ich glaub's auch nicht. Du glaubst es nur. Ich bin mir sicher, dass es nicht normal ist. So, zack. Und zack. So, dann mach ich das. Dann kommt dies. Ah, zu langsam. So. Äh, komm, du kommst hier rüber. Dann warte ich erstmal, bis du mir eine Ladung rüberschickst. Und dann bekommst du erstmal eine fette Ladung zurück. Wie auch immer. So. Zack. Nein, das war wild. Und es laggt. Mega lag Wars. Ah, geil. Wow. Und da so viele Wettungen zu spielen ist echt heftig. Ah, kacke. Oh, wow, wow, wow. So. Ich friss erstmal eine volle Ladung Blöcke. Abfallblöcke. Wie man sie hier, glaube ich, in diesem Spiel nennt. So. Keine Ahnung. Ah, was zur Hölle. Ich weiß nur, sie tun weh. Wie, sie tun weh? Hast du jetzt einfach Schmerzen? Oh. Ja, sie tun weh. Frissschmerz. Schon besauer. So. Komm rüber hier. Ah. Na komm. Äh. Fuck. Scheiße. Nein, du kommst hier runter. So, dann muss ich die erstmal hier loswerden. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Ah, lag lag bitte. Yes. Es geht doch. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Zu langsam. So, du kommst hier runter. Gehst da runter. Und du löst. Ah. Die auf. Schadam. So. Äh. Was zur. Was. Nein, nein, nein. Dreck. Yay. Das war Glück. auch irgendwie bald. Ah. Wie zur Halle so. Zack, 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 zack. Ah, nein. Warum ist er nicht mitgegangen? So. Gut. Dann eben so rum. Ah, kacke. Warte. Nein, 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 nein. Ich darf jetzt keine Zeit verplippern. Scheiße. Ah, kacke, kacke, nein. Geh rüber. Bitte. Danke. So. Okay, okay. Noch hast du nicht gewonnen. Noch hast du nicht gewonnen. Noch hast du nicht gewonnen. Noch nicht. So. Dann kriegst du diese Ladung. Ähm. Wie auch immer. So. Yo, lag. Okay. Diese Lags sind irgendwie nervig, aber das kann auch an unseren Verbindungen liegen. Diese Lags sind mehr als nervig, aber ich hab schon mal Spiele lag-frei spielen können, also bei anderen Online-Emulatoren, deswegen wundert mich das irgendwie. Na gut, dieser Emulator ist sowieso ein Fall für sich. Da kann es vielleicht sein, dass es dann doch etwas anders agiert als die Kailera-Version. Ah. So. Ja, kacke. Nein, nein, hörst du drauf? Schick mir nicht immer so viele Abfallblöcke, ich glaub es hackt, ey. So. Ahem, Hust. Ahem. So. Na komm, 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 komm. Ja. Na, weg. Scheiße, ich muss jetzt erstmal hin. Da fehlen für das Scheiße zurecht. Haha. Ich muss... Aha, Chaos. So. Gut, du gehst da runter, wunderbar. Dann pack ich dich dazu. Nein! Scheiße, okay. Das war blöd und es lag wieder. Na komm. Bitte. Ach, Mann. Ja. Mensch, dann Bild. Oh, Mann. Ey, das ist doch schlimm, ey. So. Zack. Ich konnte grad gar nichts machen an der Zeit lang. Ja, konnte ich auch. Wie, ich bin schon tot? Fuck? Was? Ja, was? Geil. Fuck, ey. Ey. Das ist nicht wahr? Das ist bei uns wer. Okay, Revenge. So. Oh, ja. Gib ihm. Drück A. Jetzt nehme ich einen anderen. Ähm. Wen nehmen wir denn mal? Ja, genau. Wir nehmen mal, ähm. Flying Wiggler. Und... Ich bleib bei meiner Schlingpflanze. Haha. Nawal Piranha. Bitte. Wie auch immer die jetzt heißt. Nawal Piranha. Ach so. Okay, will ich mir merken. So. Und... Jo, Lex. Fängt ja gut an. Haha. So. Okay, dann... Zack. Dreck. Ja, Dreck. Oh, diese Tonfeder. So. So. Okay, 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 okay. Nein, ne, ne, ne. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ja, diese... Wecks sind... Ich krieg diese Böcke nicht mit. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Weh, du schickst mir jetzt noch einen Block rüber, dann hab ich verloren. Nein, ey. Hör auf. Ja. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Witz! 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 Leck mich! Nein! 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 Ey, ich hörte vor des Chaos! Scheiße! Nein, 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 nein. Vergiss es. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Wie soll ich das hier wegkriegen? Mann! Ah, ok, ich fange unten an. Ist besser. So, dann packe ich das dahin. So. Zack! Nein, oh, du sollst es rübergehen. Ah, dieser Legs, ey. Wenn das Legs freilaufen würde, dann hätte ich dich bestimmt schon links platt gemacht. Wahrscheinlich, ja. So. Okay, du kommst da hin. Ah, das... Doch, so. Yes. Frist dies. So, frist dies. Ah, okay, zu langsam. Macht nix. Ich habe mein... Einiges wieder hier abgebaut, also... Vielleicht kriegst du eine Megaladung und das... Doch, darauf kannst du dich verlassen, ey. So, jetzt muss ich erst mal gucken. So, 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 so. Da. Okay, okay, okay. Zack, äh, den... Packe ich so hin, okay? Dann... Nein, zu langsam, ey. Das ist doch kacke. So, zack. Wow. So, zack. Nein, das war scheiße. Bad. Okay, es lag wieder. Legs for the win. So, so. FTW und so. Oh, sei ja. Ja, 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 komm, stirb, stirb, verlier, 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 verlier... Oh, was zur Hölle? Hast du mit den Kombos auf, ey? Mann, ich dachte, ich hab dich besiegt. Nein. Mann. Du bist hartnäckig, weißt du das? Aber nicht mit mir. Ich mach dich jetzt wirklich fertig. So. Nein, 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 nein! Scheiß, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr! Ah, nein! Kacke! Ich habe den Überblick verloren, ey! Das war noch nicht alles.